Neue Kollektion Oh, das ist die neue Kollektion, ne? Ja, stell das auf den Boden, dann wirst du. Stell das auf den Boden. Ja, stell dir drauf. Stell dir drauf. So, auf. Siehst du? Hier, Shanaya, jetzt kannst du gucken, was du da alles so gemacht hast. Hier, sweatshirts. Ja, guck. Du musst das eine oder andere anziehen. Das ist aber geil. Das ist ja mega. Hier, du wolltest Hoodies haben. Mega. Oder hier, Shanaya. Hose dazu. Die passt dir. Nein, dir passt die. Zieh mal an. Die passt dir mit Sicherheit. Guck hier, das ist doch ein geiler Pulli. Für Frauen. Guck. Das geht zusammen. Oh, mega. Cool. Wow. Zieh mal an. Zieh mal an. Oh, das ist nicht mal eine Größe. Ne, die machen alles in meiner Größe. Ja, ne? Ne, das ist ein schönes Material. Das ist das für dich hier. Guck. Das ist schön. Guck mal. Oh, das finde ich geil. Mama. Oh, das finde ich auch geil. Guck mal. Schade. Die Hose ist doch cool. Ja, ne, die sind zu eng. Ja, ja, aber sie sieht cool aus. Zeig mal. Oh, das ist was für dich. Guck mal, hier. Na? Mama. Und hier, den da drauf. Ne, 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 ne. Ne, ne. Ne, Robert, das passt doch nicht. Doch. Ne, mach doch nicht durcheinander. Gut. Guck mal, hier. Robert. Der gehört da. Ah, der ist cool. Geh mal an. Hier, der. Hier, guck. Guck mal. Hier habe ich Herrenschirp. Seh mal ein Herrenschirp. Guck mal her. Boah, das finde ich geil. Das T-Shirt finde ich cool. Ja, der Wiener sagt mal Herrenschirp. Hier, das ist cool. Das hier. Guck. Oh, das ist schön. Zieh das mal an. Oh. Okay. So. Guck mal hier. Wie sieht das aus? Stark. Die sind alle sehr toll. Ja? Ja. Guck mal, das kann man auch so als Heim. Oh, das ist so süß. Das ist so süß. Auch wenn es für Männer ist. Das soll ich für Männer haben? Ja. Das will sie haben. Cool. Das will ich haben. Auch wenn es für Männer ist. Echt? Oh, das ist cool. Einfach so. Das sieht immer oversized an. Was ist das hier? Gut? Ja, oversized ist so. Auch gut, ne? Das finde ich geil. Und dann warst du für Winter so Heimli. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Was ist denn so was? Ja? Zeig dir den Kuchen ab. Stellt mal Heimli. Stellt mal Heimli. Da sind jede Menge coole Teile dabei, Leute. Kann ich euch sagen? Finde ich auch. Die neue Winterkollektion von Roberto Gazzini. Das ist ein echter Knaller, sage ich euch. Da müssen wir jetzt dringend die Aufträge. Also ich möchte den, ich möchte den. Die wir auch verschneiden. Schreiben. Den möchte ich haben, ne? Welchen? Ja, also den Jogger möchte ich haben. Sag mal. Ich finde auch hier so ein... Oh, den ist auch mega. Weil das ist ja hier so... Ja, das ist ein schönes Material hier. Das ist ja sowieso meins. Das ist meins. Ja. Für den Winter. Ja, das ist Shania. Hier, Shania, das wolltest du unbedingt. Das ist schön. Aber ich mache die komplett schwarzen Märchen. Guck mal. Das finde ich süß. Okay, also wir müssen dann auch, wenn wir Abänderungen machen wollen, müssen wir das den Lieferanten noch mitteilen. Das ist auch geil. Ich finde auch das hier gut, nach wie vor. Hier. Das ist doch was jetzt für Davina. Das ist Davina. Hier. Zieh das mal an. Davina. Hier. Wo ist Davina? Aua, Aua, Aua. Hier, zieh das mal mit an. Das musst du anprobieren. Das ist toll. Ja, die Etiketten müssen hängen. Ja, die sind alle toll. Nicht, dass die Etiketten abgeben, dann wissen wir die Artikelnummern. Aber das ist doch mega. Guck mal. Wenn das auf Jeans an hast, alle deine Freunde, ne? Das möchte ich. Aber das musst du anziehen. Kann jemand ein Bild davon machen, dass das mal... Ah, ich habe eins unten für dich. Das kannst du mal haben. Ja? Eine Nummer größer? Warte ich wohl. Das auch. Hier Davina habe ich schon eins. Das ist doch in der laufenden Kollektion. Ja, das ist doch... Ja, aber fast vom Schnitt her. Das kannst du aber jetzt schon haben. Das haben wir schon in der Kollektion. Okay, aber das auch. Das bestellen wir. Aber das kannst du jetzt schon haben. Zieh mal an. Das ist meins eigentlich. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist noch eine Hose, die ist doch mega. Oh, das ist auch geil. Die passt dir. Das ist doch eine Herrenhose, Robert. Ja. Die passt dir. Was tun wir jetzt wieder an? Ja, nee. Cool. Aber ich mache das hier cool. Cool. Ah, hier. Das sind Herrensachen. Das ist ein anderer... Oh, das ist so. Das, das... Der ist cool, ne? Warte, ich zieh dir mal. Wieso macht ihr das nicht für Frauen? Ja, ich kann den auch für Frauen machen. Ja. Weil da stehen die Mädels drauf. Ja, okay, alles klar. Wenn sie drauf stehen, kriegen sie es. Weißt du, du denkst aber nur an dich. Ja, damit ich was zum Anziehen habe. Ja, okay. Mega. Ich bin ja ein schlauer Mädel. Mega. Geil. Wer will mal die Klamotten in der Luft schmeißen? Guck mal, ist das cool? Ja. Ja. Aber, ja. Perfekt. So, willst du? Papa. Was? Ich muss den Roberto Gattini drin sein. Okay, ich will den Roberto Gattini drin sein. Ich mag es nur. Aber ohne Hose. Ja, ja. Stell die Fragen. Warum mit Hose? Nein, ohne Hose. Das ist wahrscheinlich mega. Mit, äh, äh... Gut. Ist das klein? Ist das klein? Ja, das muss dann groß sein. Ist ja nicht schlecht. Sag mal. Aber warte mal. Ich glaub, das sieht richtig gut. Es fehlt nur Mama. Ja? Es fehlt nur du Mama. Nee, das ist, wenn das so ist, muss das weiter sein, Robert. Dann ist das zu klein. Das muss dann... Warum? Nee, das gefällt mir nicht. Nee, das auch nicht. Nee. Nee. Es muss ein bisschen weiter... Ja, ja, ja. Nee, der Schnitt gefällt mir nicht. So, das liegt drauf. Sweatshirt? Nee, das sieht richtig gut aus. Sehr viele Sweatshirt. Sehr gute Kollektionen. Echt? Ja. Also das kann sie haben, das ist schon in der Kollektion drin. Also das ist alles meins. Das ist auch cool. Für Mann alles. Und ich muss ehrlich sein, das sind jetzt die Klamotten, die ich echt anziehen würde. Ja, ne? Wir machen überall. Kannst du nicht... Carmen, guck, hier hast du Übergröße. Das ist toll. Hier. Mama, guck mal. Guck da mal. Das ist für Übergrößen. Oh, das ist mega. Steht mal an. Das ist cool. Wusst, für die Übergrößen müssen die dezent sein, wie sowas. Ja, finde ich auch. Wie sowas. Weißt du? Dezente Drücke. Der ist cool. Und, weißt du, was ich machen würde? Ich würde auch... Der ist auch cool hier, der. Guck. Bei Übergrößen... Oh, der ist geil. Weißt du? Die sind für Übergrößen mega. Weißt du, aber... Die können wir benutzen als Schonbezüge für unsere neuen Stühle. Guck. Passt. 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 Du musst aber auch was für Frauen machen. Jetzt. Können wir ja. Jetzt guck. Passt. Schonbezogen. Das ist so extra, extra large. Extra large. Guck mal, wie es auf Papa ist. Die gut genährte. Guck. Steht mir das? Ne. Ist ein bisschen zu groß. Aber der Jacky von Kraft. Oh, den passt er. Ja, den passt. Der freut sich, wenn er sowas freut. Hat er das erste Mal Luft. Ja. In der Talie. Ja. Stimmt. Ist gut, ne? Die Kollektion ist gut. Da müssen wir jetzt am Ende genauestens weiter dran arbeiten. Und was? Größer geht nicht. Ja, aber das ist hier ein bisschen... Das ist für Riesen. Das ist doch geil. Wenn du so ein Riesen bist. Ja. Ich zieh doch mal an, dann siehst du, wie das aussieht. Ja. Nicht das anders. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu bunt ist, eventuell. Hier sowas. Weil das ist wirklich hier so ein bisschen der Tardy-Style. Guck. Papa, die zu groß. Ja. Ich weiß nicht, ob er zunehmen kann. Ein bisschen faster essen geht, ne? Ja, so Lärchen. Lärchen ziehe ich jetzt. Nein. Da brauche ich schon eigentlich der Lärchen. Zirkus-Zett. Aber das ist auch übergrößend. Also wenn du sowas machst, sieht das so aus. Ja, gut. Den Fahrerschnitt finde ich schon mal super. Aber was ich auch machen würde, ziemlich nur Öni und eventuell nur mal... Mit dem Guchtel tragen. Ne, nur mal eine kleine Sache. Ja. Ein kleines Emelie. Kleines Emelie. Ja. Okay. Also, wir werden uns jetzt hinsetzen. Wir werden das in Ruhe ausarbeiten, was wir hier machen. Ja. Dann machen wir die Bestellungen. Dann sagen wir dem Fabrikanten Bescheid, was er noch zu ändern hat. Und dann wollt ihr ein schwarzes T-Shirt mit kleinem Logo hier. Ja, was man auch auf dem Anzug anziehen kann. Ja, dann machen wir eine Basic-Kollektion. Ja, Basic-Kollektion. Okay, dann machen wir die. Ja, auch in Übergrößer. Okay, aber ich würde sagen, wir lassen das jetzt hier stehen. Wir gehen jetzt erst mal Mittag essen, weil es ist Uhrzeit. Ich weiß, ich könnte sagen, aber ich werde sagen, die Wahrheit. Wherever I go, there's a shadow of you. His heart was a stone, but then his hands off. Ich weiß, ich weiß, ich habe forgiveness. Oh, all of the dads and the others keep making love to each other. And I'm trying, trying, trying. I'm thinking like a caravan. No easy love could ever make me feel the same. If you knew better, what you would do. Hallo liebe Followers. Wenn euch unser Video gut gefallen hat und ihr möchtet mehr von den Geissens, von der ganz verrückten Familie sehen, dann abonniert uns doch hier. und dann könnt ihr dort schon unser neustes Video sehen. Da kommt mein Mann, oh Gott, oh Gott, er kann da. Ja, was wird das hier? Ach, Robert. Erkläret mir. Also das ist bei YouTube, wenn unsere Followers gerne mehr von uns sehen würden, dann können sie uns hier... Mit würden? Möchten. Wollen. Gewollt haben würden. Okay. Ach, Robert, bring mich doch nicht auseinander. Dann können sie uns hier abonnieren und hier direkt unser nächstes Video sehen. Ich bring dich auch nicht auseinander. Doch, du bringst mich nicht auseinander, du bringst mich durcheinander. Aus dem Konzept. Also wenn ihr mehr sehen wollt von unserem Blödsinn, was sagt Carmen? Dann könnt ihr hier auf jeden Fall abonnieren und dort schon unser Video sehen. Da geht es los.